Hallo, Minecraft-Freunde! Hallo, Freunde der Blecke und willkommen, Dingens! Wer macht das immer! Ja, und weiter geht's im Magic Farm 2! Ich hab's nicht immer gemacht, ich hab's nicht immer gemacht, in irgendeiner Pisten... Nee, in einer Wege-Folge wollte Medos, dass ich den zu... den Gast da... Hallo sagen lass. Richtig, richtig, genau. Wir sind ja auch gastfreundlich. Ey, wir haben Harry Potter, wir haben Harry Potter! Harry Potter ist unter der Treppe eingezogen. Und auf dem Gegenditz. Medos, ich will mich nach Hause bringen! Bring mich nach Hause! Ach so, ähm... Ja, du kannst doch zu mir teleportieren, oder? Oder geht das nicht? Ähm, das ist... Jetzt lädt's ewig. Ich hab's schon, ich hab's schon, mach nicht! Nicht? Ich hab's schon, mach nicht! Wenn ich's doch mache? Das... Ne, dann schmiert am Ende das aber ab. Du, denk auch, den Regen ist auch schön. Äh, was haltet ihr davon, wenn wir das Ding jetzt erstmal sein lassen? Und zum Friedhof gehen? Ja, und what? Friedhof? Ähm, Yama, Yama! Das wär doch... Ihr habt denn hier getrieben in den zwei Wochen? In der einen Woche. Wieso sind die überall in der Nenner? Yama, 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 Yama! Ja, wie find's denn das, Yama? Yama, äh, krank? Willst du jetzt ein Geschenk haben, oder nicht? Ist doch geil, oder? Gerne! Wer schreibt da eigentlich die Fabrik drauf? Das ist eine Werkstatt. So, okay. Ähm... Hey, Geschenk! Okay, Yama, komm her! Was, Geschenk? Komm her! Geschenke? Warte. Und schau mal! Geschenk! Oh, Vergiftung, Hunger, Hunger! Ja, guck doch mal, was es ist! Spielt er wieder mit seiner Gülle rum. Vergiftung, Hunger und... Ja, der hat nämlich Gülle gefunden. So, ähm, haben wir... Nein. Haben wir noch was von diesen... Von diesen Säften? Warte mal, ich muss mal auch mal ein bisschen Zeug loswerden. Ich hab auch... Milder, genau. Wir müssen sehr viele davon haben. Wir müssen einfach mal alles hier rein, weil wir gehen nämlich gleich farmen. LOL! Auf dem Friedhof. Jo, ich muss mich auch noch kurz entleeren. Wartet. Ich muss... Ich muss mich auch noch kurz entleeren. Ja, ich weiß, wie das geklungen hat, Yama. Ja, bitte nicht auf deinem Stuhl, ich könnte etwas streng riechen. Ich mach's in meinem Zimmer, okay? Pun intended. So... Ich will mein PC auf der Toilette stehen haben. Milders, merkt man, dass er sich nebenbei rennen soll. Warte mal, das will ich hinten reinbringen. Und in der Aufwand. Wieso willst du sowas, Wookie? So, das packen wir hier rein. Hast du noch nie davon geträumt, einfach beim Zocken jetzt laufen lassen zu können? Können wir jetzt bitte irgendwas anderes reden? Willst du doch ein Stadion-Kumpel? Oder so ein Schlauch. So, das machen wir auch hier rein. Das ist nicht... Das war ein Stadion-Kumpel. Den packst du drumrum und dann hast du so am Bein einen Tank. Dann... Metos, Metos, du brauchst Essen, oder? Würde ich sagen. Äh, ich habe jede Menge, äh, Steak. So, warte mal, das lassen wir auch hier... Kann mir eigentlich mal jemand sagen, wo mein Dingens hin ist? Ah, nein, ach, nö. Mein Holzkopf. Ich dachte, du brauchst doch ein bisschen Essen. Aber doch nicht so viel. Ach, Leute. Holzkopf, der müsste... Moment. So, erstmal sortieren. Ja, ich habe dein Holzkopf, ja, mal. So. Wo ist er denn? Da war nicht mitgekommen auf die Reise irgendwie. Nur am Anfang. Platz irgendwo. Seid ihr schon irgendwo? Ah! Nein, nein, noch nicht. Alter, alter. Was denn? Alter, es würde irgendwo noch Platz sein. Hörfler. Wieso machst du sowas? Nein, 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 nein. Ich brauch den Platz. Oh, Theo. Das war ich. Ich hätte Theo beide da gelassen. Innen drin seid ihr. Okay, dann machen wir das anders. Ich lieg sind... Ja. Nee, halt. Gar nicht. Machen wir es so. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ach, ja, ja, Mama, hast du eigentlich ein Jetpack für mich gemacht? So. Hm, so glaube ich nicht. Doch, du, ein, ihr solltet euch doch drum kloppen, wer den Schlechteren bekommt. Dann hat der Team einfach beide mitgenommen. Hm. So, der Schlechteren müsste noch irgendwo liegen. Irgendwo. Wieso haben wir keine Drohnen mehr? Äh, wieso hab ich jetzt Holzkop? Was? Nein, ich hab' ich dir zugeworfen. Den hab' ich wiedergefunden. Ja, den kriegst du gleich, ja, mal. So. I want my Holzkopf. Ja, ich schalte auch ganz gerne mal wieder. So, I want that really now. Ne, warte mal. Warte mal, wir durcheinander. Ich wär' ja noch genug Steaks. Das sollte dann reichen. I will my Holzkopf. Reis now, you. It's right. Warte doch mal. Entgfetomio. Bitte laufe. I want it. Danke für the Holzkopf. Ja, Mann, ich hab' dir das Ding gegeben, damit du aufhörst. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Warum, er doch nicht. Ich will doch nur Danke sagen. Wollte bitte nicht so. Ich weiß, warum ich auch mal vermisst habe. Das lassen wir hier. Wer hat mein Holzkopf gerade vernichtet? Äh, falls jemand eine Kupferspitzhacke braucht, die aufgelevelt ist. Ich hab' Eisen. Ich hab' hier eine in die Truhe gelegt. Hm, ich hab' meine Adid. Äh, nee, nicht Adid. Äh, Leute, lasst uns mal langsam los, ne? Ey, Metos, wie wär's, wenn wir... Metos, 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 Metos... Ja, was denn? Ich nehm' meinen Raketen... Ich nehm' meinen Raketenwerfer mit. Erstens, ich hab' ne Sekunde Verzögerung. Und zweitens, ich nehm' meinen Raketenwerfer mit. Wie wär's denn, wenn ich da einfach noch ein paar Raketen crafte, bevor wir losgehen? Äh, willst du deinen Holzkopf nicht erstmal leer machen? Apropos Theo, den muss ich auch mal ein bisschen ausrollen. Ach, stimmt, den muss ich noch leer machen. Ja. Och, ne. Währende Option. Oh, da ist er. Hä? Ey, gib mir mein Theo wieder! Daffi hat ihn! Nein, nein, nein! Daffi! Hör doch auf mit dem Quatsch! Du bist Daffi! Dann war mir nicht Daffi, ich will er nicht sein! Eieieieieie! Jetzt lass mich mal mal das Zeug hier raushäumen! Äh! Soooo! Ja! Was macht ihr denn hier alle? Oh! Ähm, warte mal, warte mal, hier hinten ist noch Platz. Zacc! So. Hast du noch irgendwas dabei? Okay, das ist komplett voll. Dann. Dann hör auf, gemeint zu sein. Ja, okay. Ich hör jetzt auf. Ähm, ja genau. Hör auf. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Könnt ihr mal auf der Zeit rauszuschmeißen? So. Alles klar. Dann. Nee, Dorf, wir brauchen noch mehr Drohnen. Nein, da weil ich hin. Oben im zweiten Stock sind noch mehr Truhen. Das Ding behalten wir da. Ich hab den. Wir haben ja das Lager und ich pack alles sonst wie. Super. Was? Wir haben mittlerweile so die Ziele. Das kommt auf eins. Gut. Leute, seid ihr soweit? Ich bin soweit. Nein, noch lange nicht. Ich steck dich ein. Ich will immer noch einen Jetpack. Ich hab den dir in eine Truhe gelegt. Du musst ihn nur noch finden. Oh, jetzt sag dem, wo der Jetpack ist. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ähm. So, jetzt komm her. Jetzt gib dem armen Knaben doch sein Jetpack. Da hat er nicht viel mehr, hat er nicht sonst. Danke. Ja. Mach dich nicht fertig hier. Hey, lass dich umarmen, Duffy. Duffy, lass dich umarmen. Nein. Nein. Oh, meine Güte. Lass den vor, diese verschönte Gülle, sonst mach ich die vom Server runter. Mhm. Wo ist denn jetzt Martin hin? Martin? Was meinst du mit Gülle? Ah, da bist du. Jo, du kommst ja hier mit. Okay, wie die ihn gerade vergiftet hat. Wie weit seid ihr? Ja, aber... Ich bin fertig. Ja, aber wegen dir haben wir jetzt eine Güllefrau. Ja, dauert noch, dauert noch. Was dauert denn noch? Direkt hier. Ich muss Zeug wiederfinden. Ich hab alles in den Kuhn getan. Du bist wie ne Frau. Mit dir komm ich nicht weg. Hallo? Ich war zwei... Vier Folgen nicht da. Ich weiß noch, wie ich in der Zeit alles hätte sortieren können. Ich sortier nicht. Ich schmeiß einfach irgendwo rein. Ja, das hab ich schon gemerkt. Wird sich schon wieder anfinden irgendwann. Dafür sortiert das dann für einen. Nein, es wird Zeit, dass wir auch das ME-System irgendwann mal zusammen kriegen. Es wär geschön. Aber Mathilda hat keiner von euch gesehen, ne? Nee, Mathilda hat auch. Nein. Mist. Arbeiten. Dann braucht Theo eine neue Braut. Arbeiten. Ich hab alles. Genau. Wir machen für Theo eine neue Frau. Die nennen wir dann Roswitha. Du hast alles gut. Ich hab alles. Okay. Ähm. Dann würde ich sagen... Los. Äh, kannst du meinetwegen machen, aber wir wollen jetzt zum Friedhof. So. Weg, gute Friedhof. Hier zu teleportieren. Ich bin da. Ähm. Teleporto. Äh, warte mal weg. Äh, hallo. Hallo. Meine Wegpunkte sind weg. Deine Wegpunkte sind weg? Ja. Verdienst. Schlecht. Ich hab noch alle. Du kannst dich zu mir teleportieren, wenn du willst. Ich bin schon da. Ähm. Ich weiß nicht, ob es eine schlechte Idee war, hierher zu kommen, während es Nacht ist, ne? Also... Ach. Ja, und ich mach mir jetzt einen neuen Wegpunkt hier. Gut, dass du noch alle Wegpunkte hast. Moment. Äh. Ey, wo seid ihr denn? Aber ich mach mir den Wegpunkt lieber unten hin. Ich flieg hier gerade über den Weg... Äh, mein Jetpack ist gleich alle. Äh. 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 Wieso sind denn meine Wegpunkte hier weg? Bin hinter dir. Jetzt bin ich in dir. Jetzt bin ich über dir. Ähm. Einfach hier drunter abbauen. Irgendwie leckt's gerade. Ey, kommt mal alle auf einen Haufen. Bin nur da. Ganz großer Haufen. Gut. Das machen wir aber anders. Optionen. Ähm. Grafikeinstellung? Nein, das will ich ja nicht. Ich will, ähm, das da. Wegpunkte. Äh. Optionen. Genau, äh. Oh Gott, was hab ich denn da für einen King? 200? 500? Nein, 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 nein. Steuerung, Leistungs, äh, wie kann ich denn das, äh, so machen, dass ich nur auf der Karte, äh, sehe, wo das ist? Äh. Oh, gerade hat's geleckt. Lage, rechts, rechts, in-game. Mhm. Weg, in-game, da, aus. So, jetzt haben wir's. Äh, könnt ihr mal aufhören, alle möglichen Trick zu machen? Ey! Leute, ist euch aufgefallen, dass Nacht ist und wir sind mitten auf dem Friedhof? Ja. Ja, also aus den Gräbern kommen nur ab und zu Skelette und Zombies, aber mehr nicht. Und ich würde sagen, zur Sicherheit, müssen wir hier in den Tempel rein? Da unten ist es meiste und auch ganz viel, ganz viel wertvolles Zeug. Okay. Gibt's doch hier in den Laufdangaben? Aber auch sogar dir Sachen finden, wenn man... Okay, okay. Retos, wir gehen erst in, wir gehen in den Tempel rein. Also ich bin schon mal drin. Nein, nein, ich muss ne Rede halten. Wo bist du denn rein? Ach da. Bevor, Mann. Ja, im Tempel, la, 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 nein, du hältst jetzt keine Rede, du hältst keine Rede. Hat jemand zufällig Fackeln dabei? Ähm, Fackeln? Ja, hab ich. Ah, gut. Aber zu wenig. Ich hab nur... Hier unten ist Stockfinsel, wir brauchen hier viele Fackeln. Vorsicht, ihr spawnt überall Zeug, hier sind alles voller mit Spawner. Okay. Ich hab von euch das stärkste Schwert und hier ist ganz viel Mundane, irgendwas drin. So, und ich hab natürlich das, äh, ich hab zwar ein sehr starkes Schwert, aber dafür sehr langsam. Ich hab ein schnelles, starkes. Ja, ihr meint es auch nicht, egal, das Schlechte. Spawner entschärfen oder abbauen? Äh, ich würde sagen abbauen. Es sind so viele, es sind mehr als 200 Stück. Okay, gut. Okay. Äh, hier spawnen auch böse Katzen. Ah, ne böse Katze, die ist eures. Die Strings sind schön. Okay, ähm... Ist der hier gerade explodiert? Ja. Juhu! Explodieren Katzen. Creeper mal anders. Vorsicht, es gibt auch Truhen, die sind fallen. Ja, muss man echt aufpassen. Und es gibt außerdem die Kleber hier links und rechts sind auch voll mit Zeug. Ja, da finden wir manchmal tolle Sachen. Und ich würde sagen, wir gucken da mal rein. So. Das einfach mal aufmachen hier. Theo wird ja noch wahnsinnig. Ey, Quatsch, Theo. Dein Theo ist... Dann, okay, da geht's ein bisschen runter. Äh, nix Gutes. Ich würde sagen, die nix guten Sachen, die machen wir da wieder rein. Knochenmeh, brauchen wir Knochenmeh? Ja, ne? Lauter Leder. Ja, das kann man öfters mal brauchen. Du. Zack, zack. Nein, das Grünschwolle dich doch behalten. Oh, Abfall und Reichen sitzen. Toll. Oh, er hat ein Diamant-Harnisch mit Schutz 2 gefunden. Wow. Und ich habe Haufen Grabsteine. Ja, hier ist auch Haufen Zeug. Gucken wir mal. Komm, die Grabsteine tu wir zurück in die Truhen, die brauchen wir ja nicht, oder? Ja, wirklich. Ich habe einen Sattel gefunden. Ja. Ich muss mal gerade gucken, manchmal ist dahinter noch was. Nee. So, das... Okay, in eine andere Richtung. Lassen wir hier. Äh, hier sind Killerhunde. Brauchen wir Leben? Ja, wir brauchen Leben. Sattel nehme ich mit. Äh... Wieso brauchen wir eigentlich diese mundane Längfling-Katalysator? Was für Zeug? Hier drunter ist immer Zeug. Weg da. Geh mal weg da. Okay. Da ist manchmal Zeug. Hier, da gehen... Es sind nämlich verschiedene Stockwerke von dem Gebäude meistens. Mhm. Ja, aber da ist jetzt nichts. Ja, da ist jetzt nichts. Aber den Stein hier, den gibt es nicht. Warte mal, da unten steht eine Truhe. Ja, warte. Da steht eine Truhe? Echt jetzt? Ja. Vorsicht, die Dinger hier sind unten mit TNT drunter. Vorsicht. Äh... Okay, ab da alles. Ich lebe noch, ich lebe noch. Noch. Guck mal mal. Achtung, hier ist ein Silberfisch-Spawner. Hier ist ein Silberfisch-Spawner. Wir haben genug Eisenweh. Nehmt das mal mit Slime-Juhr. Und mein Jetpack ist fast alle. Einmal. Das ist schlecht. Eisenschwert. Braucht jemand ein Eisenschwert? Eigentlich ist das Crap. Äh... Nicht... Also... Ähm... Macht jemand. Ah, da sind Silberfische, Silberfische! Es sind lauter... Da unten ist ein Spawner dafür. Ja, okay. Ähm... Nein, dann kommen wir wieder hoch und... Also... Die, die wir so... Wir hatten auch noch so Dinge und das Ding war gigantisch. Ja... Gehen wir erstmal wieder hier in die andere Richtung. Ja, wir müssen ja erstmal den Weg lang gehen da. Woher lang denn? Wo seid denn ihr? Das heißt, wir müssen wieder rauf. Wieder beim Eingang. So... Oh, Meter, dann sag nicht, wir müssen rauf! Ich bin da rauf. Ich bin oben! Ich hab mich nämlich gerade hochgebaut. So, ich will jetzt erstmal hier schauen. Hast du kein Jetpack dabei? Da ist nix. Ich? Au! Doch. Äh, ach, ey, Drittleine. Da geht's weiter, ne? Ah. Jo. Gut. Jo, da sind sie unterwegs. Das heißt, warte mal. In irgendeiner Truhe war doch Kohle. Da können wir doch vielleicht noch ein paar... Oh Gott, ist das... Ähm... Alter, was ja alles dritte ist. Ja? Ähm, was sind da da alles drin? Ey! Alter, Schwede! Oh, welcher Depp hat denn da wieder einen reingetan? Ja, warte mal! Heißt Rookie. Kann man den aus dem Projekt schmeißen? Das macht keinen Spaß, so. So. Ich wollte euch nur zeigen, was das ist. Toll. Hast du gut gemacht. Ich bin selber auf Hive-Live runter. Ich hab halbes Herz. So, erstmal deaktivieren hier. Den Quatsch. Und dann erstmal regenerieren. Danke, viel Spaß euch beim Spielen. Ich muss regenerieren. Ja, ich, äh... Okay, der ist jetzt leer. Nur noch ein Herz. Äh, der ist komplett voll. Alter, übelst Zeug. So. Das macht echt keinen Spaß, Vookie. Lass den uns. Eigentlich braucht man nicht die ganzen Tränken. Ne? Mhm. Doch, ich will ein Stack von den Potion of Harming. Ich pack das alles mal. Wofür? Wofür wohl? Willst du uns doch eh nur wieder damit ärgern? Das brauchen wir nicht. Ne Tomium Hall? Wer genau ist ein Vookie in-game? Diese Relaxo? Ja. Daffi Daffi Daff LP. Ja, ne, ist klar. Versuch's lieber nicht, ihr Hammer. So, jetzt mal hier hinter der Wand gucken. Ich hab auch. Wie gesagt, manchmal ist da hinter der Wand auch was. Aber du hast mehr verdient als ich. Und wenn ich sterbe, dann bin ich weg. So, dann geh mal hier weiter, würde ich sagen. Da ist noch ne Truhe. Moment. Wissensfragment, brauchen wir sowas? Papier? Nimm einfach mal mit. Da ist nix. Ich mach den Gräber ab. Ja, ich auch. Ich will gucken, was da drin ist. So, und das schon mal gleich rausschmeißen. Goldspitzhacke nicht mehr. Ich hab den Weg nach unten gefunden, ich hab den Weg nach unten gefunden. Ja, wo bist du? Da bist du. So, ich lass die doch hier, ich benutze die ja eh nie. So, ähm, was haben wir hier noch? Wir brauchen unbedingt Fackeln. Davon können wir uns grünen machen. Ja, toll. Unbedingt mitnehmen. So, äh, wo hast du den Weg nach unten gefunden? Hier, am Ende des Ganges. Da geht er runter? Ja. Jo. Da ist aber ein Lava vorkommen, äh, Gülle. Ja, hör doch auf mit dem Quatsch. Oh Mann. Hm. Ey, ich hab das rechtzeitig wieder abgebaut. Ja, ich seh's. Hau es gar nicht erst hin. Ich hab die Spinnweben weggemacht. Ich hab die Spinnweben weggemacht. Ich hab die Spinnweben weggemacht. Du bist doch. Ja, mit Gülle. Ja. Ja, ja. Das macht echt keinen Spaß. Toll. Jetzt kommen wir hier nicht durch. Weil ich nur ne Battle Eggs hab. Weil ich nur ne Battle Eggs hab. Oh Mann. Kann ich die Spinnweben nicht so anders wegmachen. Warte doch mal. Ja. Einfach mal. Sonst schalte ich die Gülle aus. Achtung, hier ist ein Haufen Zombie. Äh, Quatsch. Nicht Zombie. Ähm, Enderman. Safari Net. Ender. Oh nein. Nein. Ah! Hier ist wieder so ein Ding. Er brennt irgendwo. Aber ich weiß nicht mehr wo. Ender Lily Seeds. Oh, ich leh. Ender Lily Seeds. Ja, ja, ja. Ich will die haben. Ja, die mitnehmen. Was haben wir hier? Ascherhaufen. Brauchen wir Ascherhaufen? Und Peanuts. Nö. Peanuts. Keine Ahnung. Äh, was ist das? Mundane Lenzi Katalyst. Äh, Recipe. Redstone, Redstone, Redstone. Redstone. Recipe. Äh, Agent. Wenn, dann heißt Recipe, nicht Recipe. Mhm. Recipe? Sicher? Ähm, wir brauchen Ender Perlen, oder? Egal. Komm mit. Das Ding kapiert sowieso nicht. Lass ich hier. noch einen Ender Perlen. Hast du die, äh, Ender Lily mitgenommen? Ja, hab ich. Was ist das? Lauter Gräbe und Mist. Oh, warte mal. Na, eh das wohl. Hier ist eine Ender Perle. So, ich hab, ich hab übrigens keine Fackeln mehr. Das heißt, für mich ist es jetzt dunkel. Schlecht. Ich hau jetzt einfach mal hier so wild um mich. Mhm. Die porten sich hier wahrscheinlich alle jetzt weg. Ja, ich steck sie erstmal alle schön in Flammen. Ah, ja. Und mich auch. Ich hab vergessen, mein Zrämchen. Ich kann dich doch gar nicht in Flammen stecken. PvP ist doch raus. Äh. Das interessiert aber nicht. Und ich hab ne große Spawnerhalle gefunden. Ah, 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 ah. Hat einer von euch ne Fackel? Ah, 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 ah. Weil bei mir ist gerade ziemlich dunkel. Das ist awesome. Das ist awesome. Hallo? Knockback hab ich hier gekriegt. Alter, die Schwinde ist aber fies. Die ist echt übel. Mhm. Die, die will nicht sterben hier. Ah, ah, da kommen ja alles noch mehr. Ich lenk sie ab und du versuchst den Spawner abzu- Okay, ich sind tot. Okay. Also die Enderman Spawner hab ich jetzt abgebaut alle. Das hört sich gut an. Hier kreucht irgendwo noch ein awesome Enderman rum. Der ist gar nicht so awesome. So. Und dann hier, das da. Fudge. Erledigt. Hat echt keiner von euch ne Fackel? Äh. Nein, ich hab sie vergessen. Ja, aber dein Holzkopf hat ganz viel gesammelt. Ja, weiß ich. So, okay. Aber alle Tüten sind ja plötzlich voll, an die man so vorbeikommt. Mhm. Oh, Vergessenheitsrähmchen und Haufen verzauberte Bücher. Aber wirklich Haufen. Unendlichkeit alle. Und keine Fackel, ne? Nein. Wozu auch? Nicht Wackhole. Man spielt das nicht mit Schräder. Oh, ich bin hier irgendwo runtergefallen. Wieso machst du sowas? Ähm. Das weiß ich auch noch nicht. Halt, womit? Ich weiß so, wenn er damit auch gehört hat. Äh. Ja, man sollte auch das richtige Werkzeug irgendwie so... Wo ist denn meine... Da. So wurde meine... Ey, Holzkopf, drauf mit sammeln. Ganz woanders. Ey, wer... Wer einer schmeißt nochmal Holzkopf-Sachen hin. So. Kommst du so hoch? Und jetzt, äh, sehen meine Zuschauer wahrscheinlich überhaupt nix. Mhm. Tja. Hast du ein Shader installiert? Nein, nicht auf dieser Version, aber irgendwie scheint das mit überzugreifen. Metos, wenn du sowieso nix siehst, dann hab ich nen Auftrag für dich. Äh, nein, 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 nein. Ich hab dir doch da eine Dägerbühne gebaut. Äh... Oh Mann. Die seh ich irgendwie grade nicht. Holzkopf. 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 Das ist echt hart. Aber was machst du denn da unten? So. Okay. Metos, du siehst ja nix, ne? Nein. Aha. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Gut. Metos, da. Zieh den an. Dann siehst du wieder halbwegs was. Ähm, okay. War das so ein Miner-Helm? Ähm, nein. Jetzt seh ich, äh... Und du siehst, von wo die Geräusche kommen. Toll! Ja. Aber ich seh jetzt, ich seh jetzt gar keinen Weg mehr, kein gar nicht. Brauchst du doch nix. Stell Minecraft auf hell. Das hab ich doch. Mhm. Dann tu den Shader raus. Da ist ja gar kein Shader drin. Aber wieso ist es dann so dunkel? Ey, wenn ich das wüsste. Wenn ich das nur wüsste. Jetzt geht da weg. Ich will den Dings abbauen. Au, ey! Hör auf mich zu treffen. Oh, Zobi, Zobi, Zobi. Toto, Zobi. Ich wollte nur kurz erwähnen, dass wir jetzt bei 23 Minuten sind. Okay, dann würde ich sagen, äh, weiter geht die Schlacht im Dunkeln. Schlachter Mittelernt. In der nächsten Folge. Bis dahin. Okay. Und tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.